Ich kann nur so viel sagen, wirklich. Der Gigi wird zu 100% kämpfen, Famefighting wird zu 100% stattfinden, Samstag. Also, Gigi wird da sein und er wird kämpfen. Ob er gegen Can kämpft, laut meines Wissens, stand jetzt, ja, weil es ist vertraglich festgehalten, es ist unterschrieben. Ihr habt heute alle bei der Pressekonferenz den Can gesehen, der ist kerngesund, das heißt krankschreiben, schwierig. Aber, ich sag so, Gigi wird kämpfen, ob gegen Can oder gegen jemand anderen, er wird zu 1000% kämpfen und Famefighting wird stattfinden. Sollte diese ganze Droherei, diese ganze Erpresserei wirklich durchgezogen werden, schadet der Can am Ende sich nur so. Deswegen, lasst euch nicht verrückt machen. Wir rennen niemanden hinterher, wir betteln niemanden an, wir diskutieren mit niemanden. Wir lassen auch uns nicht erpressen, keinen Druck auf uns machen. Wir brauchen niemanden. So, stand jetzt.